Ist auf den Knopf gedrückt. Oh, es nimmt auf, es nimmt auf, es nimmt auf. Alle, äh, zusammenreißen jetzt keine schweinischen Witze mehr. Okay. Äh, Herr Sebi. Tschüss. Herr Sebi. Herr Sebi. Herr Sebi, ich sehe deine Füße. Ich liege hier gerade entspannt. Und die stinken so doll, dass bei Hugo ein Auge sich aufgelöst hat. Okay. Jetzt hast du... Wie machst du das? Du musst dich hier hinsetzen und dann rechtsklick aufs Bett. Ja, das geht jetzt nicht. Weil Tag ist? Nee. Ja, bei... Ah, nee, Munster sind ja... Du sitzt gerade auf Oldman. Du sitzt gerade auf Oldman. Hallo. Was machst du da? Was macht ihr da? Muss ich mir Gedanken? Äh, ich sehe Oldman von innen. Äh. Ich habe dich auch gesehen in mir drin. Das war sehr unangenehm. Äh, äh, äh. Oh Gott, das will... Hugo? Beiss ihn mal. Komm, Hugo. Beiss man dir ein Stück raus. Der ist fett genug. Na gut. Oldman. Aber... Er hat sich den Kopf hier mit. Nein! Das war meine Weihnachtsdeko. Machst du den bitte wieder ran? Du hattest doch gestern einen schönen Kopf. Wo hast du den eigentlich? Was soll ich denn gestern für den Kopf? Na, einen Weihnachtsmannkopf. Und ganz speziell. Komm mal mit. So, mal mitkommen. Äh, ich muss husten. Ich hab ihn verewigt. Oh. 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 Unsere Kopfsammlung. Alle eigenhändig abgeschnitten. Oh. Mit einem stumpfen, rostigen Lö... Fölf. Guck mal, es blinzelt immer. Oh. Hübsch. Der Phantom passt nicht so zum Weihnachtlichen. Ich mag meinen Helm. Der ist wunderschön. Der betont meine Augenlinie. Was ist, wenn ich einen Currykopf aufsetze? Siehst du das? Ich glaub, ich hab das verkehrt gemacht. Ich bin Weihnachtsgeschenk. Du hast jetzt einen Currykopf auf, aber der sieht aus wie bei mir, wie ein normaler Creeper. Also das war dein normales Gesicht halt. Du bist ja immer so... Aber hier sind sie richtig. Ja, Alter. Das ist halt so kleinseitig. Hattest du was gesagt, Aida? Was hast du gesagt? Ich bin ein Geschenk. Alles nur noch. Er artet zum Angriff aus. Nein, alles gut. Zum Angriff. Was ist das hier eigentlich? Ach, eine Feuerkugel. Magma-Creme. Guck mal, was ich mich schon für den Blog gefunden habe. Ich bin da. Cool. Hallo, Freunde. Herr Sebi. Ich bin's, euer Friederlin. Da ist Magma-Creme, ne? Ja. Hilft ihr auch gegen Hämorrhoiden? Hallo, Freunde. Ja. Ich bin's, euer Friederlin. Meine. Hallo, Freunde. Jetzt hast du den richtigen Kopf auf. Ich bin's, euer Friederlin. Ja. Was machen wir denn heute, Herr Sebi? Ach so, der Herr Sebi, der war fleißig. Hallo, Freunde. Nein. Wir haben hier Trunen. Ich bin's, euer Friederlin. Außerdem, außerdem. Mann, du Dickkopf. Außerdem hat er die Kirche entweiht. Das gefällt mir aber. Wir wussten nicht mal hin mit den Sachen. Wir wussten nicht mal wohin. Es war zu viel. Ja, und dann haben wir hier schon sortiert. Weiß nicht. Und denn, das haben wir ja auch noch nicht gezeigt, Herr Sebi. Immer schön die Türen zu machen, das sieht. Kann aber auch schnell. Können wir den Namen geben? Also, weißt du, was hier drinnen noch fehlt? Um das anheimeln zu machen? Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Er tötet Curry. Hier fehlt noch ein Kamin, ne? In jedem Raum. Wie willst du hier einen Kamin ranflegen? Weiß ich nicht, irgendwie. Wir bauen das Haus um. Ey, jetzt hat er auch noch meinen Skin, Arschloch. Wäre lustig, wenn ich das auch könnte. Äh, äh, ne. Du bräuchtes ja nur meinen Skin, aber den gebe ich dir nicht. Obwohl. Nein, ich will auch meinen Skin bleiben. Aida, lass dich nicht ärgern, ne? Ich mache heute nur dummes Zeug. Herr Sebi kennt das schon. Der hat schon aufgegeben. Oh, hier wird gegrillt. Lecker Kopf. Lecker. Was sind das alles für Köpfe, Herr Sebi? Herr Sebi, bist du noch da? Ja. Debi hat ein Skin geändert. Du bist jetzt wunderschön. Kennt ihr euch beide? Das ist, das wird nicht, das ist mein verscheinender Twinnings-Froder. Warte mal, warte mal nicht bewegen. Aber, aber sie hat keine, sie hat keine Scherpe. Nee, sie hat keinen, keinen Opti-Find, äh, Cape. Darf ich meinen Skin zurück? Hast du was gegen diesen Skin? Ich gehe. Aua. Nein. Nein, ich mache nur Spaß. Also der Herr Sebi hat hier eine Brücke gebaut, da wo ich meinen Angelplatz hinbauen wollte. Ich habe mich doch nur vertippt. Ich habe mich doch nur vertippt. Aber, warum? Habe ich was verpasst? Ich habe nur Eider eingegeben, er hat sie von dem Spieler Eider ins Kind bekommen. Das ist doch auch schön. Aber es ist eine schöne Brücke geworden, das muss ich da zugeben. Zwei Stunden gebraucht. Zugeben. Zwei Minuten hat er dafür gebraucht. Weil ich jedes Mal mit dem Design nicht einverstanden habe. Und er hat das alles in Kreativmodus gebaut? Nein, ich habe Zeugen, Dominik war da frei. War alles in Zweifel. Du hast Zeugen Coronas? Ja. Wir haben auch nicht den Mindestabstand, nicht den Mindestabstand eingehalten. Ja. Ja, das haben wir fertig. Wäre es nicht gut, wenn du dir was anziehst, es ist kalt. Richtig, Oldman, zie dir mal was an. Was denn? Ich habe einen Schleppvolli an. Ich habe auch noch so einen. Äh, wo? Da. Ich habe gerade keinen Jackpot. Habe ich auch nicht dabei. Das hatte ich einsortiert. Ja, Herr Atten. Aber warte mal, warte mal, ich probiere mal was auf. Ich muss mal einen Test testen. Was denn jetzt hier geht denn? Der Schrägstrich geht nicht mehr. Der ist doch auf sieben. Ja. Ach so. Es ist nicht nur meine Pfeile. Ach, ich habe auf eine Taste gepostet. Nee, habe ich nicht. Ich habe keine Pfeile, wenn man tauscht. Scheiße. Scheiße. Wir sind Pfeile-Millionär. Gönnen sie dir. Ähm. Ich denke. Hallo. Hallo. Silvi? Ja. Sind sie da? Aua. Au. Das hat wehgetan. Oh Gott. Wird mir noch gar kein Dauersinn mehr in Team Speed. Ja, das hast du ja ausgestellt. Nee. Ich kann über deinen Account nicht zugreifen. Ich habe das nicht ausgestellt. Ich würde da nie was ausstellen. Ich kriege ja jedes Mal Mecker, wenn ich daran was mache. Ja. Er ist wie meine Mutter. Darf ich? Das ist meine E-Mail. Das ist deine E-Mail? Was? Darf ich? Was? Ja, mach ruhig erst mal. Gucken. Oh. Tschüss. Oh, ich habe acht Geld bekommen. Weil du, weil du, weil du Aida erschossen hast? Ja. Bist du ein Auftragskiller? Nee, ich bin zwar Bergmann, aber ich kriege dafür auch Geld. Aida, bist du noch da? Du hast ihm wirklich Geld erschossen. Aida hat sich keinen Kopf fallen lassen. Aida hat dir einen Kopf fallen lassen? Wow. Aus dem Hinterhalt. Wo ist der Kopf? Kann ich mal sehen? Jetzt nicht. Au. Aua. Ich habe Geld bekommen. Ey. Als Farmer. Nein, bitte nicht. Ich lasse dich gleich ein Befehl ausführen, dass ich dein ganzes Geld kriege. Nein, nein. Du fühlst dir selbst aus. Aua. Ich habe zufällig, ich habe ganz zufällig auch eine Brust, also eine arme Brust, weil ich bin ja ein armer. Was macht ihr da? Sie hat mich einfach getötet. Ja, das ist auch nicht in Ordnung. Ja, sonst, sonst, wir wollten, wollten wir noch nicht noch ein bisschen zeigen, was unsere anderen Mitspieler so gebaut haben. Nina hat übertrieben. Nina hat übertrieben. Du kannst uns doch dahinten teleportieren, Herr Siebi. Du weißt doch, wie das geht. Ich muss das essen. Ida weiß, wo die ganzen Places sind. Da kommt er raus. Da kommt er raus. Kannst du mal den Block abbauen? Hey, sie schummelt. Sie schummelt. Gib mir meine zwei Erden wieder. Meine zwei Erden. Du kriegst ein ganzes Dick von mir. Ja, zwei Erden. Das muss alles schön ordentlich sein. Warte. So. Wo ist ein Ei da jetzt, hä? Bei mir zu Hause. Bist du einfach abgehauen? Ich sollte dir doch die Gegend zeigen. Ja, dann müssen wir uns aber jetzt dahin teleportieren, Herr Siebi, ne? Gut, hab dich weggeschickt. Ja. Nimm mich doch mit. Bei dir ist aber kein schönes Wetter, ne? Ja, der Regen muss irgendwie weg. Herr Siebi, der Regen muss weg. Na. Mache ich ja schon. Bin nur Mops. Stress bitte. So, warten Sie mal. Oh, die Sonne scheint. Wir haben auch technisch was gemacht, ne? Herr Siebi hat was herausgefunden und das macht sich tatsächlich bemerkbar, finde ich. Ich bin sehr zufrieden mit der Performanze. Ne? Und wir sind auf 16, 1,16, 94 Millionen 3.000, ne? Siehste? Und? Aber hier darf ich ja nichts abbauen. Ne? Aida? Siebi? Ja? Ich kann mal einen Baum hier killen. Was kann ich? Darf ich den Baum mal hauen? Warum? Weil wir was zeigen möchten, Aida, aber er fragt, ob er es darf. Darf er? Ähm, die, die, muss es so einer sein? Ich nehme auch den Pilz. Ach, ein Pilz. Beim Pilz geht das auch? Weiß ich nicht. Ja. Ui. Oh, Pilze. Das ist cool. Pilze. Da hinten ist auch noch eine Buch, äh, eine Birke. Aida, ich habe eine Blume für dich, gucke mal. Eine Fliegeblume. Das ist aber, das ist aber cool, ne? Also das macht schon Spaß. Aus einmal unten gegen und dann, ah, lass es über mich regnen. Pilze, Pilze. Ich mache heute Abend Pilzsuppe. So, das ist übrigens mein Haus. Wo, 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 was? Ein Haus? Für dich ganz allein? Wer ist da, ach, da bist du. Wer schießt denn hier mit, wer ist denn da drin? Da ist niemand, das ist mein Vogel Felix. Ach so. Ich hänge fest. Du auch? Man kann sowohl hier hinten als auch hier vorne rein. Hallo, Aida. Die ist um Gott sei Dank. Hallo. Was ist das? Das ist mein Bett. Herr Sibi? Echt, das ist dein Bett? Herr Sibi? Ja. Wo ist deine? Kann sie sogar auf die Schulter nehmen. Ah, hier wollte ich rein. Das ist aber hübsch hier. Oh, Kartoffeln. Hier ist mein Feld. Hallo, Freunde. Ich bin's, euer Friedolin. Das ist die Pfand. Entschuldige. Dein Bett? Ein Feld. Ach, das ist der Eingang. Ah, alles klar. Feld. Ich düng mal. Wolffi tut immer auf unschuldig und geh jetzt mal rechts rum. Da ist der Knast. Einfach ein Knast. Bärchen? Soll ich dich befreien? Die ist noch da. Wir warten, dass sie weggeht. Da ist eine Kartoffel. Guck mal kurz weg. Ja, genau. Schaut ihr mit Optifine genau in die Seele. Nein, rennt. Ich weiß, unsere Wahrheit. Unsere Wahrheit wollte ich schon sagen. Ich bin's, euer Friedolin. Das Becken. Hier hast du noch ein bisschen, hier hast du noch ein bisschen Shampoo. Warum sind hier keine Blubberblasen? Ich mach welche. Hallo, Freunde. Ich bin's, euer Friedolin. Was ich halt noch machen wollte, ist das hier auf der anderen Seite, nur dass hier auf der Seite halt was anderes hinkommt. Noch mehr Knast? Nein. Auf der anderen Seite kommt was anderes hin, aber die Gänge sollen ähnlich sein. Die Folterkammer. Bestimmt. Da kommt ihr gleich weiter rein. Streck Bank. Hallo, Freunde. Ich bin's, euer Friedolin. Ich muss doch die Musik einen Ticken lauter machen. Ja, du wirst nicht... Der Friedolin ist lauter. Was ist das für ne? Ach, das ist ne Endertruhe. Aha. Das wird... Ich würde sagen, wir legen uns erstmal hin. Ich hab ein Pilz in der Hand. Naja, gut. Ich hab ein Bogen in der Hand. Ich mach mal russisch. Ey! Was? Warum schreibst du meinen Namen? Ich hab russisch Roulette gemacht. Wer als erstes stirbt? Warum dann wäre ich? Ah. Heyo. 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 Jetzt wird's aber lustig gleich. Folgen Sie mir her. Hinter Ihnen. Warten wir mal kurz auf den Herrn Sibi. Hühner! Ähm... Jetzt kommt nämlich das Highlight. Das hat die Nina gebaut. Hallo Curry. Die Nina gebaut? Das ist das hier. Das hat Nina gebaut? Das hat Nina gebaut. Hast du Ninas Burg schon gesehen? Ja, hab ich. Oh, da ist ja Besuch. Hallo her. Guck mal, hier ist Danny. Hallo, Mann. Mann, 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 Mann. Geh mir deine Perle. Los, komm. War was? Was man aber hier noch sehen muss oder kann, ist, man kann hier rein und mit den Delfinen schwimmen. Delfin? Hui, hui, hui. Wo sind hier Delfine? Draußen. Warum bin ich da nicht? Weil du hochgegangen bist. Ich komm aber nicht mehr runter. Er schifft. Ja, mach ich doch. Oh, ist kaputt. Ich hab's kaputt gemacht. Nein. Ich seh hier aber keinen Delfin. Da schwimmt er doch. Bei mir nicht. Ich seh nur eine Eider. Ich seh nur einen Erik. Oh Gott, oh Gott. Du hast den Delfin geschnackt. Ich bin so euer Früchte. Das müsste der andere sein. Ich guck mal. Was schulbekommen, Ultman? Und wie kommt man? Ach, da ist eine Tür. Ob Markus, glaub ich, gerade im Haus drin ist. Muss grad gucken. Hallo, Delfin. Ich hab eine Kartoffel für dich. Ja, Marco ist drin noch. Hätte nicht gedacht, dass sie so weit schwimmt. Hier sind ja kleine Fische und auch noch. Sind das kleine Delfine? Das sind Marco und Polo. Oh, ein bisschen Sauerstoff getankt. Können wir wieder abdüsen. Hui. Ich mag die See gucken. Nicht alle mit einmal essen. Polo verfolgt mich. Rennt. Er will mich fressen. Ich bin ein Ultman-Delfin. Polo ist hier. Äh. Was ist denn jetzt passiert? Hier kann man raus? Also... Blub. Wo ist ein Ultman-Delfin? Der ist glaube ich drin. Ach, da hinten. Der blubbert hier. Blub. Das hat sie aber schön gemacht. Das hab ich mit Nina gemacht. Das habt ihr aber schön gemacht. Polo und Marco sind hier drinnen. Und haben dann immer so einen Weg von drinnen nach draußen. Oh, da baumst du nach wachsen. Oh. Oh, da baumst du nach wachsen. Ja gut. Was es halt noch gäbe, aber da ist mein Bruder noch nicht fertig, wäre irgendwo da hinten im Jenseits hier... Eine nicht vorhanden Burg. Ja. Entschuldigung. Den Gag musste ich mir laufen. Kann man hier baden? Wenn du möchtest. Kann man hier baden? Ja. Geh mal rein. Nee. Ich möchte, dass du badest. Okay. Oder ich schubse das Schaf rein. Bade, 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 bade. Schäfchen werden hier nicht reingeschubst. Nein. Lass auf, ist das Schaf. Nein. Auf, ist das Schaf. Lass Jürgen in Ruhe. Auf, ist das Schaf. Nein. Warum brennst du nicht? Komm mal rein. Hä? Ach so, ich liess gerade. Wolltest du mich gerade wieder abschießen? Nein, ich wollte gucken, ob du in diesem Modus bist. Das rennt dir halt. Aua. Oho. Ich dachte, Oldman wäre schon draußen. Au. Der Helm ist kaputt gegangen. Ich mache Oldman 9 aus Diamant. Ähm. Er hat einen Helm. Oldman hat seinen Chill grüttet. Dass du da überhaupt durchgucken kannst. Hä? Ich kann nichts sehen hier. Mach mal hell. Hä? Hä?